ihr wolltet schon immer einen eigenen gta 5 rollplay server habt aber kein bock auf die ganzen arbeiten dann kommt doch einfach zu uns in den discord und holt euch das lifetime server pack bei uns im discord was ihr tun müsst einfach ticket öffnen bei uns im discord reinschreiben in euer ticket lifetime server pack info oder server pack info und dann bekommt ihr alle infos die ihr haben müsst viel spaß mit dem video hallo ihr lieben zuschauer da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen folge beziehungsweise einem weiteren video bei mir auf dem youtube kanal zum thema 5m server erstellen kubi core und zwar geht es heute einmal in diesem video darum wie ihr ein item erstellt also wir haben hier einen shop den öffnen wir einmal kurz und hier haben wir jetzt ein donut wir kaufen mal 5 stück es geht heute um den donut wir kaufen 5 stück und haben jetzt den donut so ihr könnt das natürlich auch mit anderen sachen machen den donut habe ich jetzt so eingebaut beziehungsweise eingefügt dass der verbraucht wird dass der euch auch energie gibt also essen und ja dass ihr den halt benutzen könnt ja ihr könnt das auch mit anderen items machen ja ich erkläre euch das aber gleich wie ihr das macht beziehungsweise wie ihr das einfügt was ihr alles tun müsst um ein item damit ein item auf dem server beziehungsweise auf dem server oder in einem shop erscheinen ja so also das könnte jetzt ein etwas längeres video werden es könnte aber auch passieren dass das was ich euch zeige in der aktuellen framework version in dem aktuellen framework weil der ja wieder immer ständig was geändert wird dass das nicht mehr so ist wie bei euch jetzt also wenn ihr das neue framework habt kann das natürlich schon wieder anders sein ja es wird ständig immer was geändert was ich persönlich auch nicht gut finde so aber wenn ihr die version von mir haben wollt ja die bekommt ihr kostenlos bei uns auf dem discord ja einfach mal unten die video beschreibung reingucken da auf dem discord link gehen und dann geht ihr ins discord und wenn ihr im discord seid geht ihr auf moment ich muss gerade selber mal gucken geht ihr auf kubi core framework also einfach mal links an der seite schauen da steht 126 sprache en ja das ist die version auf der ich aufgebaut habe also falls ihr die version haben wollt wenn ihr die version haben wollt könnt ihr euch die kostenlos runterladen ihr müsst sie halt übersetzen bla 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 ja so wenn ihr natürlich das ganze pack haben ganze pack haben wollt so wie ich könnt ihr das auch bei uns anfragen dazu müsst ihr einfach ein server ticket eröffnen beziehungsweise ein discord ticket er schaut euch mal um bei uns auf discord ihr könnt auch im discord schauen wir haben im discord ein server pack info einfach mal server pack kubi core gucken den reiter und da unter server pack info da seht ihr auch noch mal infos zum lifetime server pack falls ihr das haben wollt ja ansonsten wenn ihr das server pack so wie ich das hier habe ihr könnt das auf diesem server hier auch testen ja geht einfach bei faithm gibt ihr einfach route wie ein und da könnt ihr hier auf den server draufgehen und könnt das testen ihr könnt das frei testen wie ihr wollt ja bevor ihr da euch irgendwas holt was ihr vielleicht nicht haben möchtet ja also bitte vorher testen und dann wenn ihr interesse habt macht ein ticket auf bei uns im discord und dann schreibt ihr rein server pack oder ich hätte gern das server pack oder was auch immer und dann kriegt ihr die infos von uns bla 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 und am ende auch das server ja also wir klären euch vorher noch mal auf was alles beinhalten was es beinhaltet das server pack was alles dabei ist also eigentlich bekommt ihr den kompletten server sowie er hier ist ja wie gesagt wenn ihr daran interesse haben solltet discord ticket aufmachen reinschreiben ich hätte interesse an dem server pack fertig dann werde ich mich bei euch melden oder einer aus meinem team und dann könnt ihr loslegen ja gut also wie gesagt es geht heute um diesen donut hier wie man den einfügt ihr könnt natürlich auch andere sachen einfügen wichtig ist ihr braucht ein bild und ihr braucht das alte item könnt ihr selber schreiben das bild könnt ihr euch aus dem internet ziehen und dann einfach umbinden ja gut wir öffnen einfach mal ich kann euch das auch mal zeigen wenn ich jetzt doppelklick auf den donat macht bist du den donat gleich sichtlich nicht erkennbar dass es ein donat ist das kann man aber auch noch machen das ist ein donat ist ja so und äh wir essen noch einen so und hier seht ihr auch unten links ich erstmal noch einen unten links seht ihr dann das auch das essen nach oben geht bei dem donat der hatte den habe ich jetzt nicht so hoch eingetragen weil das höchste ist bei uns immer noch bürgershot essen ja also richtige bürger und sonst sage ich also also was ihr machen müsst ihr öffnet erstmal euren server ja ob root server oder meat server scheißegal eröffnet erstmal mit feizilla oder win scp oder was auch immer mit was ihr arbeitet euren server da geht ihr in die kubi rein in den kubi ordner also praktisch geht auf ressources dann geht ihr in den kubi ordner und dann geht ihr auf kubi core und da geht ihr auf share it dann geht ihr in die items.lua so in der items.lua steht jetzt ja stehen die ganzen items die es auf dem server gibt drin so passt auf ich habe folgendes gemacht ich habe das hier so eingetragen ich habe mir hier oben eins kopiert und habe das dann hier unten eingetragen und habe das umbenannt im donat 1 ja hier auch donat 1 und hier bei label könnt ihr auch donat rein schreibmeister eigentlich ja gewicht stellt ihr hier ein der wichtig ist 50 gramm so das müsst ihr auch alles halt das hier müsst ihr auch alles drin lassen typ hier typ item image da müsst ihr jetzt passt auf da müsst ihr jetzt wenn ihr das image angegeben habt müsst ihr das wie folgt machen also ihr könnt ihr das offen lassen ihr geht in kubi inventory kubi inventory kubi inventory dann geht ihr auf hdml dann geht ihr in den image ordner so und da habt ihr jetzt alle bilder drin ja wichtig ist wie groß muss das bild sein also wir können beliebiges bilder das bild nehmen es sollte 100 x 100 pixel haben ja es sollte 100 x 100 pixel haben es sollte 100 x 100 pixel haben so das bild schmeißt ihr hier in den items ordner also einfach ein donut bild zum beispiel oder was ihr halt einfügen möchtet schmeißt ihr hier bei images in diesen ordner rein ja dann habt ihr das bild wichtig ist ihr müsst jetzt hier passt auf ihr müsst jetzt bei image auch den image namen angeben ich gehe nochmal hin zu image ihr müsst bei image hier müsst ihr den namen des bildes angeben also donut punkt png das png müsst ihr mit rein schreiben ja weil ihr habt ja eine png datei also euer bild sollte png sein also es sollte eine png datei sein so ähm das hier könnt ihr alles so lassen unique here false dann usable to dass man es essen kann oder benutzen kann beziehungsweise ja das hier könnt ihr auch so lassen ähm kombinable könnt ihr auch lassen so description könnt ihr selbst was dann reinschreiben wie ihr das haben möchtet ja so das war es eigentlich schon zu dem thema item einfügen wenn ihr jetzt aber noch ähm wollt dass dieses item verbrauchbar ist oder benutzbar zum beispiel ein essen ja so wie in meinem fall dann geht ihr raus geht in m ab 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 jetzt muss ich grad selber mal überlegen geht's in Moment ab kopie inventory in die konfig hm ne der konfig war es nicht ah passt auf also ihr müsst jetzt den ordner kubi small ressources suchen den findet ihr unter kubi koop ja also unter den kubi ordner ja also unter den kubi ordner da geht ihr in die konfig so und da habt ihr jetzt hier das ganze essen drin stehen so ihr habt ja jetzt den donut wo hab ich den hingeschmissen hier oben den donut so hier ich markiere das mal da habt ihr jetzt den donut wird ihr müsst den item name beziehungsweise den ähm name des items dort eintragen ja also den spawn namen zum beispiel ähm dann schreibt ihr hier math random das ist was er euch an nahrung dann gibt ja also minimum 10 maximum 15 prozent füllt er euren magen ja ist eigentlich ganz easy wenn ihr das alles drin habt speichert das ab fertig ja ihr müsst aber aufpassen dass ihr das unter konfig konsumables eat eingibt ja wenn ihr das unter konfig konsumables twink eingibt dann habt ihr natürlich ähm erfüllt eure erfüllt euren trinken anstatt euer essen ja also wenn ihr zu trinken eingeben wollt oder euch ein item was äh neues item wasser item oder limo item oder whatever ähm wenn es trinkbar sein soll dann bitte unter konfig konsumables twink eingeben wenn es essbar sein sollte dann bitte unter konfig konsumables eat eintragen so habt ihr jetzt aber nur eine ressource zum beispiel ein äh zum beispiel jetzt äh wie soll ich das sagen ähm ein ähm eisen oder kupfer oder whatever oder was ihr auch immer noch rein machen wollt irgendwelche früchte oder whatever die man nicht essen soll ähm na gut früchte kann man essen ähm könnt ihr das einfach nur eintragen in der kubico ja also ihr tragt das dann wo es hier oben in der kubico ein unter chariot unter items da tragt ihr wie gesagt das item ein wie gesagt ich hab mir da immer einfach hier so eins kopiert hier so eins kopiert dann habe ich das einfach unten drunter äh drunter gemacht also eingefügt unten drunter und hab das dann umbenannt ja zum beispiel jetzt äh metal oder keine ahnung was ja müsste mal ein bisschen rumprobieren ist eigentlich ganz einfach ja ist nicht schwer ähm sollte eigentlich für jeden verständlich sein wie man ein item einträgt und wie man ein bild dazu hinzufügen ja wichtig ist bei dem bild bitte immer angeben ähm wenn das bild nämlich nicht eingegeben ist kriegt ihr ein error heißt dann bild nicht verfügbar oder item nicht verfügbar also ihr müsst wenn ihr ein item eintragt müsst ihr auch ein bild in eure kubico oder beziehungsweise kubi inventory eintragen in den hdml ordner ja also ich fasse es nochmal zusammen ja ganz schnell so passt auf ihr geht in share it also nochmal wir machen es nochmal von vorne also ihr geht in den kubi ordner dann geht ihr in die kubico konfliktlua ne share it items.lua da tragt ihr euer item ein was ihr haben möchtet probiert euch einfach hier oben eins raus ja und fügt es dann hier unten hier unten drunter ein ja nicht unter der Klammer weil unter der Klammer funktioniert es doch nicht mehr so bitte wie gesagt wenn ihr ein Bild reingemacht habt immer hier im Image beziehungsweise bei dem Item das Image angeben ja also den Namen eures Bildes ja so ähm dann wenn ihr es verbrauchbar haben wollt beziehungsweise zeige ich euch jetzt nochmal wo ihr euer Bild einfügt und zwar macht ihr das in der QB Inventory da geht ihr rein geht auf hdml und da unter Images schmeißt ihr euer Bild rein nochmal zum mitschreiben oder nochmal als Wiederholung das Bild sollte hundert mal hundert sein ja geht bestimmt auch größer ja aber hundert mal hundert ist Minimum so das Bild schmeißt ihr dann einfach hier rein so ähm wenn das Bild beziehungsweise wenn das Item verbrauchbar sein soll beziehungsweise essen oder trinken ist ja dann geht ihr auf QB also ihr öffnet dann hier nochmal Ressourcen geht ihr auf QB dann geht ihr auf QB Small Ressourcen und da in der config könnt ihr dann unter config.consumables eat könnt ihr essen eintragen ja hier wie gesagt der Wert was es maximal bringen soll geben soll euch was es maximal euer Magen dann auffüllt oder euer trinken also hier oben ist dann essen und hier unten ist dann trinken ja könnt ihr dann wie gesagt genau das gleiche mal wichtig ist immer ordentlich alles eintragen Kommas nicht vergessen dann läuft das auch alles ja es kann mal passieren dass euer Surfer danach nicht mehr läuft dann habt ihr meistens ein Komma vergessen und dann fährt euer Surfer nicht mehr komplett hoch weil er es nicht mehr lesen kann so das wars eigentlich zum Thema wie man ein Item einfügt eigentlich ganz easy und simpel wenn ihr Fragen haben solltet trotzdem noch also ich habe es jetzt zweimal erklärt ähm kommt bei uns in den Discord wie gesagt ähm ich werde euch dann schaut euch das Video am besten an und äh dann sollte eigentlich alles funktionieren so ähm einfach Video nachmachen und dann sollte das klappen ja wo ihr Bilder her bekommt das brauche ich euch glaube ich nicht sagen Google ist dein Freund und Helfer da könnt ihr euch Bilder rausziehen können die zuschneiden bla 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 ja ihr solltet keine Bilder verwenden die irgendwelche Brandings haben oder sonstiges ne ähm weil die sind ja meistens auch urheberrechtlich geschützt und das solltet ihr nicht machen ja so das war es eigentlich von meiner Seite her ich wünsche euch noch einen schönen angenehmen Tag ähm oh und wir sehen uns im nächsten Video wieder wenn ich euch wieder etwas erkläre oder euch etwas neues zeige ähm ähm wenn ihr Fragen haben solltet speziell jetzt irgendwie zu der ganzen Herstellungsreihe oder Erstellungsreihe eines Kubikor-Servers kommt zu uns in den Discord wie gesagt wir haben da schon ich glaube 600 Leute sind es müssten es schon sein wir haben da eine Community ähm da könnt ihr auch Fragen stellen im Fragen Channel ähm der eine oder andere wird euch dann helfen oder euch die Frage beantworten oder euch eventuell noch selbst Fragen stellen ähm ja ich lege euch den Discord sehr ans Herz äh äh weil der wird meistens immer geholfen ähm ihr solltet aber bitte nicht vergessen nutzt auch mal Google Google sagt euch auch viel wir können auch nicht immer alles wissen also von daher schaut einfach mal bei uns im Discord vorbei ja gut wenn ihr euch das ganze hier gefangen hat dann lasst gerne einen Daumen nach oben da gerne ein Abo würde ich mich sehr freuen über ein Abo und bei 1500 Abos lass ich mir was einfallen für die ganze Community ähm wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und bis dahin haut rein machts gut lasst es euch gut gehen tschaui euer SachsenGamer87 viel